ARD Text im Auftrag von Funk Da ist ein anderer Typ. Da sind zwei andere Typen. Wir müssen ihn sofort die Brügel rausschmeißen. Ich versuche am Dachraum zu landen. Okay. Weil der landet unten. Ja, super. Toll und die landet bei ihnen. Nice. Nein, ich kleide an. Scheiße. What? Äh... GG Server. Vorsicht. 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 Ja, ich lande auch unten. I'm sorry, aber es geht nicht anders. Ja, passt schon, passt schon. Weil irgendwie geht es bei mir nicht mehr weiter da. Jetzt muss ich einer gleich mal die Brügel rausschmeißen. Irgendwie der Server lag da gerade. Kommt mir vor. Ich renne einfach rauf. Nein, da ist wer, Alter. Ah, shit. Oh, verdammt. Hilfe! Ja, ja, ich komm schon, ich komm schon. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Echt? Da hinten ist er. Da ist eine Waffe. Komm schon. Ja. Ja. Wo ist er? Der ist noch ausgenockt. Der ist noch ausgenockt. Fuck yourself. Oh, scheiße. Ich muss es nachgeladen. Ja. Ja, ich muss es nachher zählen. Kille. Maa. Ein paar Sekunden später. Da ist wer. Hier, hier. Äh, Richtung Osten gell? Ja. Surprise, motherfucker! Hallo, motherfucker! Holy shit! Ich bin ausgenockt. Ich bin ausgenockt. Ich bin ausgenockt. Ahhhhh. Verdammt. 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 Goddammit. Da ist ein Mikro-Uzi. Haha. Echt? Ich hab das besser. Holy shit! Von wo? SW, SW. Aber wieso? Weil es böse Menschen hier sind. Die können ihn eh nicht, da bei der Stiegland fahren, oder? Die sind im anderen Haus. In einem anderen Haus ist einer. Oh! Oh, oh, ich merk's, dass da wer ist. Ich hab ihn einmal kicheln. Fuck! Linkes Fenster, linkes Fenster. Wie weiss. Ich hab ihn. Ich hab ihn nur ausgenockt. Echt? Ja. Tief. I'm doing him up. I rush him. Wo ist er? Links Fenster oder rechts? Linkes Fenster. Okay. Ich hoffe, der ist auch noch. Nein, nein, der muss noch zu zweit sein. Aber der muss noch heißen, dass sein Kumpel blut ist. Ja. Also, okay. Er ist verblutet. Ah, ja. Gib ihm den Kiel zurück. Nice. Okay. Wann wird er höchstwahrscheinlich keinen Freund nicht gehabt haben. Warte, ich check das mal kurz. Okay. Ja, der ist allein. Kommst du mal? Ja. Bin unterwegs. Glaub ich schon. Auto, Auto, Auto. Auto Richtung Norden. Auf der Nordwestseite. An der Lagerhalle. Irgendwo an der Lagerhalle. Hast du gesagt, oder? Eher NW, glaube ich, oder? Ja, ja, ja. Ich sag ja, nicht Richtung der Lagerhalle da hinter uns. Ich würde mal sagen, wir schauen mal gleich auf die Stirn, dass du eh näher am Doffer kommst, hä? Check du die Stirn, äh, check die Fenster. Eher Steps? Ja, ich glaub der ist unten. Ja, ich glaub der ist unten. Oh, ich hab mich ausgelockt. Schnell, 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 schnell. Ja, er hat mich. Rechts, gleich, direkt rechts. Also, rechts. Oh, schade. Da waren wir zu gierig. Da ist einer. Nein. Nein, du Hurt. Nein, Geweiner. Kill mich nicht, bitte. Nein, bitte. Tu mir nichts. Okay, ich bin tot. Wo bist du? Da drinnen in der Halle. Da sind zwei Leute. Okay. Vorsicht. Ja, ja. Danke. Ja, genau da drin. Da geht's irgendwo durch ein Tier und da sind... Da! Rechts, rechts. Ah, ja. Ehm. Scheiße. Verdammt. Ja. Nein, nein. Doch, doch, doch. Da ist ein Zweier-Team. Ich bin im Arsch. Ich leb da mein... wirkliches Landleben. Weil weiter bin ich nicht gekommen. Und jetzt soll ich mir mal zeigen. Überleb! Überleb! Ja, der leckt da... Der leckt sich davon heute. Der leckt so. So. Schmerzmittel. Ah, ja. SKS. 7,62er Moni. Ich hoffe, du überlebst. Das ist ja bewusst, gell. Was, wirklich? Ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nein, der überlebt doch. Oh. Surprises, motherfucker. Haha! Oh, fixer. Äh, cool. Ne Millimeter, ne Millimeter. Okay, ich glaub... Einen Kollegen hat er noch gehabt, glaube ich, oder? Mhm. Er hat halt noch einen Kollegen auf dem anderen Dachseiten. Bist du schon da? Nein, ich bin gerade da noch ein bisschen am alles durchsuchen und durchlooten. Alter, ich habe da gerade einen umgebracht und der zweite Käfer kämpft mich wahrscheinlich ab. Nein, 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 das kriegen wir schon hin. Vertrauen wir. Wir haben das alles im Griff. Weil während der Typ da oben so ein bisschen Yolo-Yolo's weg, ich fang jetzt mal da in Tata an. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich werde dich rächen. Ahhhh. Der hat mich gerusht. Dann rush ich ihm jetzt. Du bist gerade tot. Nein. Vertrauen wir. Der ist gerade oben. Du hast ihn gerade außen gesehen, links am Fenster. Du hast die Schrotze ihm übrigens. Nein, das ist eine... Also es ist auch kein M. Ja. Der ist schon weitergerannt in den Gängen. Da ist er. Er läuft runter. Das ist ja klar. Hurensohn, wo brengst du das? Der ist runtergesprungen. Was? Geh. Er ist bei mir runtergesprungen. Es war in diesem Moment, dass er wusste. Er fang jetzt. Ja. Ahhhh. Sorry. Wieso? Auto. Ich höre Auto. Ich höre Auto. Lass mich rein, ich da. Fugge. Jo. Ja, du hast ihn schon gesehen. Dann zwisch den Gals. Ui. Ich höre Auto. Püfe Mama. Was tust du? Ich rush sie. Ah. Ok. Wo ist denn F*** sind die, Alter? Richtung Südost. Richtung Südost. Und da ist ein BAM. Und dann pack ich es selber. Fuck yourself. Äh, nichts von dir ist ein BAM. Ahhhh. Ich werde da, du Arsch. Links von mir da. Bei dem hinten BAM. Links, 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 links. Am BAM, geradeaus. Richtung 110. Richtung 110. Ahhhh. Komme ich auch schon zu mir. Ja, warte. 110. Ah, eh noch immer bei dem BAM dort hinten. Ja, der kommt von links, 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 links. Meine Güte. Jetzt kommt er auf jeden Fall. Schade. Naja, wenigstens habe ich mich getötet. Das passt. Ah, das geht zwar nicht. Mein Blutdurst wurde gestillt für heute. Wer hat mir das für heute, oder? Reicht mir das runter dann. Scheiße. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. In einem neuen Letzt Dialekt. Erst später, wenn der Tatoi umgezogen ist. Dann sehen wir sie wieder. Und vorher, vorher kein Scheiße. Also man sieht sie dann irgendwann mal wieder. Tschüss. Tschau.